Das hängt fast! Es spielt auch bei mir alles, auch herzlich willkommen zu der ersten Folge Ich wär fast gestorben, Mann! Leute, soll ich kommen? Ich komm, ich komm Oh mein Gott, war das knapp Nein, komm nicht, komm nicht, komm nicht, ich will nicht, dass du drauf gehst Okay, ich geh wieder rein Ich wär da fast runtergefallen Oh mein Gott Ja, ne, komm schnell, komm zurück So Leute, herzlich willkommen auch zur ersten Folge, Michael Fry Äh, zweiten Folge, Michael Fry, äh, bei mir auch Ich hatte gerade ein OBS-Pack, deswegen seht ihr erst ab diesem Zeitpunkt Wir haben nichts Schlimmes gemacht, das Ganze seht ihr auch bei Yannick Place oder so Äh, nur ich hatte halt ein OBS-Pack, das war bisschen behindert Wir wollten euch noch mal sagen, falls, äh, wenn eure Aufnahme abbricht Und nicht durch einen Cut, sondern durch einen OBS-Pack oder Minecraft-Pack Ähm, aber wenn man bei eurem Maid alles gut klar erkennen kann, was ihr in der Zeit gemacht habt Dann ist alles okay und dann bekommt ihr auch kein Spike Auf jeden Fall sind wir grad ein bisschen hyped Wir sind jetzt weggegangen von unserem Ort Bei mir ist es grad bisschen scheiße Das ist mein OBS hat gebackt Ich wollte jetzt einfach mal, wir sind ja bisschen in Sicherheit Ich wollte einfach mal kurz erzählen Äh, also wie wir das ganze Projekt gedacht haben Ihr habt euch in letzter Folge schon Sicherlich gefragt, was Lost Places sind Ich hab auf der Lost Places Ich hab auf der Lost Places Oh shit, Junge, ich wär wieder fast gestorben Auch ein Gefallen Ich hab auf der Map drei Lost Places verteilten Der hat's stuff ist Wir gehen nicht zu diesen Lost Places Ich weiß persönlich nicht mehr genau wo die sind Aber wir gehen trotzdem nicht hin Du komm mal zu mir, wo bist du? Ja klar, ich wollte jetzt in der Höhle suchen Also okay, dann komm ich mal zu dir Dann kommen wir noch 8 Minuten Wo bist du denn jetzt ja weg? So, also heute haben wir genug Ja, wir haben echt viel Holz Alter Letzte Folge ging alles ab Ein paar vier Leute haben Stryker Alles, Alter Wir müssen Zucker rauffinden Wieso? Weil wir Leder haben Für den Zaubertisch Ich springe über die Bäume rüber Aber Leute, es wird Nacht Jetzt seht ihr Die Schönheit von meinem 600 Abo Pack V2 Das hat bis jetzt noch kein mehr Ah, mein Pack ist das Blue Yeti Wo bist du? Ich höre mit Shader ist das ganze so eklig nachts Nee, du darfst nicht mit Shader spielen Ich spiel bei einem Wache niemals mit Shader, Junge Mein PC packt ist also was soll's Okay, ich glaub ich glaub ich hab Zuckerrohr gefunden Ja Nico, bist du? Ich springe nur über die Bäume Siehst du meinen Namen nicht? Ich seh deinen Namen noch klar und deutlich Komm mal zu mir Aber pass auf auf die Mobs hier unten ist jetzt ein Skelett Ja komm mal zu mir bitte, Janik Nee, ich will jetzt Zuckerrohr holen Ich seh dich aber nicht mehr Das bringt nichts mehr Ja, hier, guck doch, ich bin doch hier Ja, klar Das passiert, wenn man mit Shader und Waru spielt, egal Ich spiel niemals mit Shader, Junge Oh mein Gott, Janik Ich bin fast gestorben Kapper Hier ist der Creeper Hilfe Geh weg von dem Ich muss hoch auf die Bäume Das hängt was Oh mein Gott, hier sind zu viele Mobs Alter Renn weg, renn weg, renn weg Auf die Bäume, auf die Bäume Wo bist du Janik, verdammt nochmal Ja, ich geh auf die Bäume Ich geh auf die Bäume Oh mein Gott, du wärst fast gestorben Ich seh dich nicht Ich bin hier hinter dir Hinter dir Da, da, da Alter Ich bin Ich war grad so aufgeregt Fuck Da ist der Spawn Wir sind zu Spawn gelaufen Zurück Zurück, Janik Müssen wir zurück Scheiße, ich hab wieder falsch ankassiert Kacke Weiter rein, wir müssen weiter rein, Janik Enderman Komm zu mir Ich bin hier auf Bäume Ich bin hier auf Bäume Lauf, lauf, lauf Oh mein, wie viel HP hattest du noch? Soll ich ne Fackel an machen? Ich mach mal ne Fackel an Also ich hab noch 4 HP Das ist doch gut Alter, ich bin runtergefallen Ich hasse mein Leben Alter, wie Junge Alter 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 5 Minuten 33 Hier ist ein See Aber ich seh kein Zuckerrohr Lass mal weiter nach da gehen, Janik Weiter rein wieder Ich hab keinen Bock Ich geh jetzt wieder nach unten Nein, Janik, komm Wo bist du? Ja, ich bin unten, na, ist gut Ich bin hier jetzt beim See Und guck hier ein bisschen rum Okay, dann komm ich mal zum See Hier ist kein Zuckerrohr Ja, ich seh dich Ach du kacke Spinne Ich hab mir mehr Essen gegönnt, dass ich mich wieder hielen kann Da ist das Skelett Oh, ich hab mich nicht erschrocken, ne Wir haben Glück Wir haben Glück, dass wir schon so Iron gefarmt haben und so weiter Wir haben Glück, dass du überhaupt ein Eisenschwert erst machst, er ist ein Kiste Kacke Küper Du gehst weg von dem Ich hab ihn Ich hab ja auch ein Dings bekommen, auch einen Bogen, das ist schon mal hier für euch Ja, das ist mal, wenn wir beide einen Bogen haben Zuckerrohr wäre wichtig Ja, Zuckerrohr wäre wirklich geil, Leute Aber ich würde jetzt erstmal so weit wie nach innen kommen, Alter Du rennst dich hinter mir her, du bist immer wieder irgendwo abseits Nein, 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 ich weiß, wo du bist, alles gut Hier sind nämlich Zombies und ich, der hat grad ein bisschen Angst Siehst du meine Fackel? Möchtest du meine Hand halten? Ja, Kappa Ich seh dich, du läufst aber wieder zum Spawn zurück, Junge Ja, ich suche dich gerade hier Ich bin über dir Alter Da, sag bist du Oh, hier sind so viele Hühner, warte mal, hier sind richtig viele Hühner Nice Gönne die einfach Hast du? Ja Vielleicht sollte ich euch nachts vorbei sein Boah, Hexe, 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 Hexe Kommst du dir, ich kommst du dir Was hat die Hexe gedroppt? Warte, ich hab Erfahrungsfläschchen aus dem... Hast du noch bisschen was zu essen? Ja Aber ja, aber wir müssen gleich demnächst wieder braten Geh mal essen, was dann? Wie sonst? Für mich So viel habe ich jetzt auch nicht, aber ich hab nur 5 gebraten Weißt du? Ja, ich hab gar keins mehr Ja, da liegt... Liegt da hinter dir auf dem Danke Dann müsste ich gleich mal... Ach, bring uns... Was bring uns Pumpkins? Ah, so gut wie nicht eigentlich Ah, Kühe! Mitnimm! Leder auch Oh mein Gott! Zwei Küche Schaffst du das? Ich nutze... Du puckst ihn doch nicht zu mir! Ich hab den einen mal gut gegeben Der ist mal ein One-Shot Ja, jetzt nur noch das Skelett hier Der weggehen auf die Bäume, auf die Bäume Das Enderman Ja, ich kill den Es ist riskant Der zieht ja richtig viel Hat der Ender Pelle? Hat der Ender Pelle? Ne Nein, schade, schade Alter, hier ist doch safe Zuckerrohr Deine Sumpf ist safe Zuckerrohr Lass reingehen Ich glaub da... Ich muss jetzt... Komm Gut, dass hier keine Piranhas sind Oh scheiße, links wieder zwei Skelette und ein Zombie Wollen wir uns mal kurz einbauen und uns das Essen braten? Was nicht? Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr Nice, 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 nice Oh mein Gott, absolut wichtig Sogar richtig viel Zuckerrohr Jetzt unter die Erde, komm Jetzt unter die Erde Wir haben nur noch zwei Minuten Ja, okay Äh, hat sich hier wer hochgebaut? Wo? Ja, hier Nein, das hat sich keiner hochgebaut, das ist von ganz zu aus Das Kohle, lass ihn auch mitnehmen und dann bauen wir uns Hier, die Kohle da oben Ich muss noch mal eine Bierceau-Picke machen, hast du eine? Ich hab ne Eisenspitze, aber ich hab ne Holz Ja, dann bau Stein ab und bau den Hildstein spitze Kannst du mal in der Workbank platzieren? Ähm, ja Das ist ja Holzverschöner, wenn wir dann neu machen müssen, Sepp Oh, Zuckerrohr, wichtig Ich bin so froh, dass wir das schon mal geschafft haben Okay, nächste Folge Verzauberungstisch, ja? Ja So, okay Ich hab drei Öfen, pack da all dein Essen rein Warte, ich muss die Kohle gönnen Ja, ich hab, ich pack hier überall schon mal Kohle rein Nein, äh, nee, lass runter die Erde bis hin gehen Ja, warte, hier ist doch im Moment keiner Trotzdem, ich hab keinen Bock, nächste Folge wieder so richtig Whispies darauf zu sein, was Ja, ja, ich baue mich hier runter, alles gut Eine Minute nur noch Ja, bau dich unter die Erde, bau dich zu, äh, zu bei dir Ja, ich bin unter der Erde, aber lass erstmal die Öfen Ich baue, ich probier die Kohle abzubauen, Alter, ich bin hyped Alter Ich hab, äh, ich hab 33 Kohle, äh, 20 Kohle Du hast schon 30 Sekunden gekickt, ja, ich auch Alter Okay, wir konnten nochmal, ja, wir konnten nochmal gut essen Alles entspannt Komm unter die Erde, komm her Schnell Da Okay, ähm, ich baue zu, ich baue zu Warte, warte, ich backe hier im Wasser rum Bruder, Bruder, du wirst gleich gekickt? Ja, ich hasse es, ich hasse es So, super So, 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 so Hier sind wir erstmal safe Leute Boah, ich bin, Alter Das war schon wieder so eine geile Folge Oh Morgen Morgen geht's weiter Morgen machen wir so ein paar Zauberungs-Tisch, Leute Das schaffen wir Mach mir doch nicht so ne Angst, Digga Du wärst fast gestorben, Digga